Jetzt krieg ich langsam Angst. Guck mal bitte in die Hallen zuerst. Wart und Stimmensverbreiter. Ah ok, er ist hier hin. Ist ja witzig, wenn man die Container anruft, sind die weg? Ja, aber wenn du dich da hinstellst, wo der Container war, würdest du sie nicht machen, weil die können dann lacken und dann gehen wir hin in die Luft. Achso, das ist auch gut. Wartet noch mit dem Feuer. Alter, was? Leute, schreit bitte nicht so viel. Für alle, die am Iron Trader sind. Ja, mit mir alle geblatzt. Hallo. Für alle, die am Iron Trader sind, ein offener Hammett namens Pseudo kommt. Hallo, alle tot. Ich bin nicht alle tot. Nicht alle tot. Ich stand eng neben der Explosion und hab nur 5 HP verloren. Das ist der Hammer, Alter. Ich meine auch vor allem die auf dem Berg, weil er sagt, er wird schon überfallen. Sollen wir euer Zeug einsammeln? Ihr solltet den ABRC anschreiben, sofort. Ja, du machst das jetzt. Oder bist du tot? Ja, wo ist... Metzger? ... ... ... ... ...